Heute habe ich getestet, ob es heutzutage in Fortnite Chapter 5 nicht möglich ist, einen Freund zu finden. Ey! Oh mein Gott! Er teilt mit mir den Tresor! Okay, komm schon. Der wird's jetzt sein. Oh, bitte nicht, komm schon. Okay, nice, 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 nice. Komm schon, mach mit, bitte. Let's go, let's go! Wichtig, 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 wichtig! Geil, 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 geil! Ey, let's go, endlich! Es geht noch, geil!